Also der kann schon gut Damage austeilen, aber ist eher so ein AOE. Bei Low Level ist allgemein schwer. Wie viel sind bei uns? Zwei. Können wir machen, sind zu dritt. Die Kiste ist noch nicht da. Die Kiste ist unten, im Keller. Gehen wir gegen den Keller. Hier ist der Tenya. Wir haben jetzt noch einen Dabi. Wieso kann ich nicht mehr anbleiben? Hab ihn down. Der Tenya macht nicht fertig. Aber der Tenya ist sehr slow. Er finischt mich. Komme, 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 komme. Ich bin down. Ich weiß nicht, ich hab gesehen. Aber der Tenya ist slow. Kosti? Ist down. Das Gesicht. Ins Gesicht gesetzt. Das ist eigentlich voll so Disrespect, alter. Hi, Bento. Kannst du gedrückt halten? Ja. Was war denn? Hat den nie laden? Kosti? 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 Das ist ein tolle Rookie. Die andere Seite rein! Die andere Seite rein! Abi down! Arschklatscher! Bekomme ich die Levelkarten? Ja, kannste tun. du kannst auch das haben und das andere was du hast auch aber ich noch was ein ganzes team ausgelöscht gerade cool was zum rennen die macht ja richtig fanden ich weiß nicht und ich war noch nicht einmal groß ja das habe ich die markiert das ist lila und meinten mount ladies sind glaube ich so stark als auch die fernkampf angriffe fernkampf war jetzt nicht so stark bei ihr doch doch fernkampf ist stark ich habe jetzt nicht so viel damage gemacht beim bank mache ich 110 der mensch bei ihr mache ich 45 kann so das gedrückt halten also also so rapid feuer wenn du musst du drücken oder zwei stück zum beispiel rapid und ja noch nur sechs schuss da ist jemanden frisch anny die war immer mit doria die feuerzone da ist noch mal gelb danke level 8 schon meine mein tritt was macht ihr denn die häuser kaputt aus versehen ich zieh mich da halt die ganze zeit ran und das macht damage johle noch um na ich nehme das mal mit damit ich hier ist nix mehr ok wir sind hier ganz schön safe drei teams noch wenn ich mal auf dem dach groß machen dann bin ich direkt unten das wäre aber mal geil wenn so einer unter mir stehen würde und er kriegt dann richtig den schaden ist auf den knaller da hätte ich wohl angst an damit oben eine so runter kommt alles klar alles alles klar alles wo ist gefahr da hinten ok er guckt von oben ich komme auch mal hoch wo geht es denn hier raus hier ich komme raus er kämpft er kämpft er kämpft er kämpft so und noch ein shigaraki ich bin wieder klein geworden wie das denn weil ich da oben jetzt rankommen so er ist down er wird gefinished er ist gefinished schon da ist einer down ich habe einen gedowned doch da sind so viele ich kriege Araki schon wieder ist gefinished ich gebe hier jemanden den Rest ich wollte groß werden ich wollte klein sein ich wollte klein sein das ist doch dumm du kannst wenn du groß bist aah das ist scheiße du bist down eigentlich das weißt du aber du lebst das ist doch dumm das ist doch dumm wie der Angst gekriegt hat das ist doch geil nein warum habe ich dich nein oh man oh man oh ich habe gedacht er bleibt länger liegen ach ach man egal was oh scheiße 4000 schaden für die zweite runde geht eigentlich voll okay hier mit der kann ich irgendwie Kills machen voll gut ich weiß auch nicht mach das doch mit